Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute packen wir das Galaxy S10e aus und das ist das erste Unboxing auf meinem Kanal und ich würde sagen wir fangen direkt an das auszupacken. Ok ich würde sagen ich erzähle euch ein paar Details von dem Gerät während ich es hier auspacke. Und zwar haben wir hier die 128 GB Version mit dem 6 GB RAM. Ah hier steht das. Das Gerät hat zwei Kameras, eine 12 Megapixel Hauptkamera mit einer variablen F1.5er und F2.4er Blende, also so wie das S9 Plus. Hier ist die Kamera hier noch etwas besser. Dann haben wir eine Ultraweit Kamera. Beim S9 Plus ist das ja die Telezoom Kamera mit einer F2.2er Blende. Ich versuche das jetzt hier mal aufzupacken. Ich will das jetzt auch nicht aufziehen, weil ich habe Angst von der Verpackung da irgendwas abgeht. Deshalb ist es offen. Ja es ist offen. Und dann... Sorry Leute die Speicherkarte war gerade voll. Auf jeden Fall fangen wir an mit dem Papier. Unnütz halt. Bis auf vielleicht das Zimmerjack Tool. Braucht keiner. Das Gerät. Ja braucht auch keiner. Und dann kommen wir direkt zum Hauptstück hier. Und zwar zu diesem Netzteil. Das ist ein ganz normales 15 Watt Netzteil, wie wir es von Samsung die letzten Jahre gewohnt sind. Ein Adapter zum Übertragen der Dateien von dem alten Handy. Da kann man ganz normales Kabel anschließen. Hier haben wir dann das Stromkabel. Da ist auch so ein kleiner Adapter drin. Von Micro USB auf USB-C. Und die AKG Kopfhörer. Die mit einem Klinkenanschluss kommen. Äh die mit einer Klinke kommen. Denn das Galaxy S10 oder die Galaxy S10e... Die Galaxy S10 Geräte wie das Galaxy S10e haben immer noch den Klinkenanschluss. Und ich würde sagen... Machen wir einfach mal die Folie hier ab. Und wie man spätestens jetzt sehen sollte, habe ich die weiße Version gekauft. Oder haben wir die weiße Version gekauft. Denn das Handy ist eigentlich für meine Mutter. Es hat keinen Startbutton. Denn es läuft hier alles über... Oder dort ist halt ein Button. Aber... Nicht so ein Knopf wie man ihn gewohnt ist. Denn hier ist der Fingerabdrucksensor drin. Und ich würde sagen... Starten wir das Gerät nochmal. Und hier sieht man schon das erste Merkmal dieses Gerätes. Und zwar hat es diese Loch... Notch oder Punch Hole oder Glory Hole wie viele sagen. Ähm... Und das ist besonders denn du hast die komplette Bildschirmfläche. Und das ist jetzt nicht wie bei der Teardrop Notch. Zum Beispiel in der Mitte. So dass du hier eine Ecke... Für eine viel größere Bildfläche hast. Da du halt eher weniger drauf achtest. Und ich würde am besten sagen, ich richte das jetzt mal kurz ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay Leute, nachdem ich das Gerät gerade eingerichtet habe, ist mir aufgefallen, dass es nichts Besonderes mehr gibt, das man im Unboxing klären sollte. Deshalb würde ich einfach sagen, das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Das würde ich sehr wertschätzen. Und wenn ihr ein Video zum Kameravergleich zwischen dem Galaxy S10e und dem S9 Plus sehen wollt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann wird auch so ein Video kommen. Das war es dann von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020